Was hast du geschrieben? Das war eine Band Slyme aus Hamburg. Jetzt geht das Goldene Türme und klingt so. Es ist einfach, es liegt auf der Hand. Diese Menschen kommen wie in unser Land. Bei mir, sie um das ihre Betrogen ziehen und abgenommen. Sie haben uns ausgezogen. Sie folgen ihrem gescholenen Leben, das uns reichgewandt und überflussgegeben. Es ist folgerichtig, es wird so klein. Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie stürzen ein. Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie stürzen ein. Sie stürzen ein. Wie denkst du dir die perfekte Welt? Was glaubst du, woher kommt das ganze Geld? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, dass du so dumm, unmenschlich und ohne Augen bist. Nichts zu sehen, der Rest der Welt entpiert. Weil nach wie vor die Herrenrasse regiert. Es ist folgerichtig, es wird so sein. Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie stürzen ein. Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie stürzen ein. Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie stürzen ein. Ein Schürz durch die offene Tür mit Blüten Augen, die von überall kommen, um sich zurückzuholen, was wir ihnen genommen Es ist folgerichtig, es wird so fein Goldene Türme wachsen nicht endlos, sie schürzen ein Goldene Türme wachsen nicht endlos Sie schürzen ein Goldene Türme wachsen nicht endlos Sie schürzen ein Goldene Türme wachsen nicht endlos Sie schürzen ein Sie schürzen ein Sie schürzen ein Danke.